Einen kleinen Vorsprung haben die Jungs schon, da stürzt Kevin. Schrecksekunde, dann aufatmen, nichts passiert. Diese spannenden Momente aus dem Leben der Boy Group gibt es jetzt in einem Fotoband. Allerdings nur für die amerikanischen Fans. Erscheinungstermin in Deutschland bisher unbekannt. Michael Bolton schafft es einfach nicht, sich selbst vorzustellen. Also zeigt uns jetzt erst einmal die süße Britney, wie man am charmantesten ein Beziehungsgerücht dementiert. Ist es wahr, dass zwischen dir und Justin was läuft? So cool und unnahbar die Backstreet Boys in ihren Videos wirken, über dumme Fragen können sich die Jungs beömmeln. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen asiatischen und amerikanischen Fans? Was macht eigentlich Michael Bolton? Mit der lustigsten Interviewpanne kann Mädchenschwarm Enrique Iglesias aufwarten. Da können wir ihm nur wünschen, dass der Slip frisch gewaschen war. Britney Spears ringt immer noch um Fassung. Nein, ich gehe nicht mit Justin. Okay, glauben wir dir mal. Nächste Frage bitte. Auch Handys und Türklingeln können Interviews empfindlich stören. Und wenn Schumi bei einer italienischen Rede nach Worten ringt, macht ihn sein Grinsen beim Publikum nochmal so sympathisch. Michael Bolton, die 13. Doch am süßesten ist es, wenn Britney sich wegschmeißen will vor Lachen. Und wir freuen uns schon auf das nächste lustige Promi-Interview.